Eine vermisst gemeldete Frau taucht plötzlich wieder auf. Der Fall beginnt für die Kriminaloberkommissare Dirk Ahrens und Lara Grünberg mit zwei lautstark streitenden Frauen. Das war soweit in Ordnung. Hier, hier, da geht was ab. Hier, ich ruf ihn her nochmal. Was ist passiert? Moment, lassen wir los. Was ist passiert? Sie war vermisst. Ja, aber Sie haben an die eben rumgezerrt. Ja, weil ich zu Ihnen reinkommen wollte. Geht Ihnen gut. Was ist denn mit Ihnen? Wer ist das denn? Hallo. Ich suche Sie schon seit einer Woche, beziehungsweise habe ich eine Vermisstenerzeige mit meinem Sohn aufgegeben. Und jetzt habe ich Sie gerade aus dem Supermarkt gesehen und bin hier hinterher gelaufen und wollte sofort zu Ihnen hin. Sie sind verwandt. Das ist meine Schwiegertochter. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Wir gehen erstmal hoch. Ist alles gut? Wir gehen erstmal rein. Brauchen Sie einen Arzt? Sollen wir einen Arzt rufen zu Sie? Und was haben Sie gesagt? Sie war vermisst? Ja. Wir gucken es heute einer Woche. Wir machen es gleich weiter. Wir gehen erstmal hoch. Komm, ich nach. Wir müssen mal gucken, ob Sie einen Arzt brauchen. Von der Schwiegermutter ermitteln die Kripobeamten, dass die ehemals Vermisste im dritten Monat schwanger sein soll. Auf Nachfrage der Kommissare macht die junge Frau allerdings eine unerwartete Aussage. Sie gibt an, kein Kind mehr zu bekommen. Jetzt sagen Sie doch mal, was ist denn passiert? Sie waren als Vermisst gemeldet. Ist das richtig? Ja? Ja, hier, das müssen wir mal gleich abklären. Ja, ich gehe jetzt gleich mal rüber. Wie ist denn Ihr Vornamen? Wie heißt sie denn mit Vornamen? Carina. Carina? Wattner auch dann. Guck mal am Computer. Ich ziehe mir die Akte an. Wenn Sie die anderen holen. Ruf mich. Wenn man das ist. Über 90 Prozent der in Deutschland vermissten Personen tauchen nach kurzer Zeit wieder auf. In diesem Fall steckt allerdings ein schreckliches Geheimnis hinter dem einwöchigen Verschwinden der Schwiegertochter. Kriminaloberkommissar Dirk Ahrenz informiert die Vermisstenstelle der Wache über das Auffinden der jungen Frau. Lara war drin. Ich habe auch gerade die Vermissten, die Fahndung rausgenommen. Mit der Dame. Ach, ist das die Akte oder was? Ja, ja, das war hier in der Akte drin. Es gibt einen Mutterpass, also das stimmt wohl so, dass Sie da, ja, Carina Wattner, 94 geboren. Sie möchte jetzt auch nicht wirklich mit mir sprechen, ja, also ich habe noch keinen Zugang. Hier, die Kollegen haben schon gesagt, das sind die Bilder vom letzten Aufenthaltsort. Ihr habt das im Sprach- und der Vermisstenanzeige, wie wir es wohl letztmalig an der Schreinerei von der, von Ihrem, von der Familie gesehen worden. Frau Wattner, das sind jetzt, das ist die Schreinerei Ihres? Das ist von meinem Sohn Manuel, genau. Und da wurde Sie das letzte Mal gesehen? Ja. Julia, hol dir mal bitte ein Glas Wasser für Sie. Hallo? Erzähl's mal, wo waren Sie denn? Was ist mit dem Kind passiert? Ich hatte eine Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt? Ja. Und das heißt, Fehlgeburt, Sie müssen bei irgendeinem Arzt gewesen sein? Ja? Waren Sie? Welcher Arzt war das denn? Ich war beim Frauenarzt und die hat mir gesagt, dass ich eine Fehlgeburt habe. Und dann... Okay, bei welchem Arzt war das denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Würden Sie erlauben, dass wir dort nachfragen? Ja, komm. Wir wollen das doch hier aufklären. Da passiert dir doch nichts. Wir wollen dir doch nur helfen. Die Verletzungen und die mutmaßliche Fehlgeburt deuten für die Kripo-Beamten darauf hin, dass die Schwiegertochter Opfer eines Verbrechens wurde. Da die Frau schweigt, gehen die Polizisten einem neuen Ermittlungsweg nach. Frau, Frau, warte mal erzählen Sie mal. Wie ist Ihr Empfinden? Ist es Ihr Sohn? Ist es Ihre Schwiegertochter? Oder was denken Sie? Ich verstehe das gar nicht. Also, mein Sohn und meine Tochter haben vor nicht allzu langer Zeit ziemlich überraschend geheiratet. Und Carina ist ein freundliches Wesen. Und ich verstehe Ihre... Sie ist ja total apathisch. Und ich verstehe überhaupt nicht, was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wie ist denn das Verhältnis zwischen den zwei? Entschuldigung, zwischen Ihrem Sohn und der Carina. Haben die ein gutes Verhältnis in der Ehe? Normale? Ja, also ich meine, seitdem die verheiratet sind, sind die total glücklich. Mein Sohn ist wahnsinnig verliebt in Carina. Und meine Carina hat erzählt, sie ist schwanger. Sie ist schwanger, deswegen haben sie geheiratet. Ich war am Anfang schon ein bisschen skeptisch, weil das ging unheimlich schnell mit der Heirat. Aber ich habe Carina wirklich als liebenswertes Mädchen kennengelernt. Ich kann nur sagen, dass die haben eine sehr gute Beziehung. Hier ist ja die Frage, wo die Verletzungen auch her sind. Gab es denn mal irgendwie Streit, dass möglicherweise Ihr Sohn mal handgreiflich gegenüber ihr geworden ist? Nein. Also Sie sagen vermutlich... Also tut mir leid, diese Frage ist... Nee. Die Dame hat ein Kind verloren, hat Hämatome am Oberarm, eine blutige Nase, Schürfwunden. Ich meine, die müssen ja irgendwie zugefügt worden sein. Abgesehen davon, vielleicht hat sie ja noch andere Verletzungen. Ja, die man jetzt nicht sehen kann. Nein, ich versuche Manuel nochmal zu erreichen. Der ist jetzt bei der Arbeit, das weiß ich. Der ist sehr pflichtbewusst und der liebt die Carina über alles. Und Manuel, wirklich, ich lege meine Hand dafür. Und es war ja Manuel, mach es doch nicht. Das ist ja alles. Sie sind jetzt wirklich... Also ich kann es nachvollziehen, dass Sie jetzt so aufgerührt sind. Aber trotzdem, wir müssen uns so Fragen stellen. Die Kommissare wollen die Schwiegertochter zu ihrer Ehe befragen. Ein Kollege hat eine wichtige Information in der Vermisstenakte gefunden. Die stellt die Glaubwürdigkeit der jungen Frau für die Kriminalisten in Frage. Hier, guck mal. Na, sowohl doch nicht beim Arzt. Also es wurde über die... Ich sage es Ihnen gleich. Es wurde über die Krankenkasse recherchiert und es gab keine Abbuchung, keine Abrechnung irgendeines Arztes. Das heißt, Sie waren nirgendwo. Das heißt, Sie waren nie beim Frauenarzt. Das heißt, Sie müssen uns da jetzt nicht irgendeinen Bären aufbinden. Ich war da. Aber wo ist das Kind? Also Sie müssen mal ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ein Lebewesen. Karina, ich hatte hier nicht Fehlgeburt. Dann hat die die Krankenschüsse oder irgendwas falsch gemacht. Es gab kein Krankenhausaufenthalt oder irgendein Arztbesuch. Karina, jetzt. Es war tatsächlich so, dass wir ein Vermerk gefunden haben von den Kollegen, wo drin stand, dass sie sämtliche Ärzte im Umkreis und auch Krankenkassen abgefragt haben, ob unsere Vermisste vielleicht irgendwo aufgetaucht war. Das war tatsächlich nicht der Fall. Da steckt doch auch der Mann dahinter, oder? Irgendwas stimmt doch nicht. Vielleicht ist das Kind gar nicht von ihm. Ja, und dass sie ein bisschen unter Druck gesetzt wird, möglicherweise, was wir nicht wissen. Es sieht ja möglicherweise, also ich sag mal, ganz unverdächtig ist ja ihr Mann nicht, würde ich sagen. Ja. Die Hämatome, die Verletzung, das Kind, er geht nicht ans Telefon, das ist ja alles ein bisschen seltsam. Sie sieht völlig unerdrückt aus. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal dahin. Wir fahren zur Schreinerei, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr raus. Wollen wir sie mitnehmen? Ich würde sie bald mal mitnehmen. Okay. Vielleicht kriegen wir so ein bisschen im direkten Hintergrundfrontation, dass wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Die Befragung des Ehemanns und Unternehmers soll klarstellen, ob seine Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und dabei womöglich ihr Kind verloren hat. Die Ermittler vermuten, dass die Schwiegertochter aus Angst schweigt. Der Verdacht der Polizisten bestätigt sich. An der Werkstatt angekommen, macht die ehemals Vermisste eine emotionale Aussage. Frau Wattner, was meinen Sie denn? Wollen Sie mal mit uns sprechen jetzt? Jetzt sind wir schon hier. Wollen Sie immer noch nichts sagen? Sie machen es uns echt schwierig. Was war raus jetzt mit der Sprache? Scheiße. Was denn? Sagen Sie es noch. Was scheiße? Ich war nie schwanger. Wie, Sie waren nicht schwanger? Mussten Sie was? Nee, ich hatte keine Fehlgeburt. Deine Mutter passt? Der ist gefälscht. Carina. Wie kommt's? Warum? Ich wollte, dass er mich heiratet. Carina! Wer bist du ja? Wer ist das? Wer sind Sie? Ich bin der Ehemann. Oh mein Gott, es geht dir gut. Moment. Mal ganz kurz. Was ist denn mit dir passiert? Wie siehst du denn aus? Hat er was damit zu tun mit ihren Verletzungen? Das kennt in Ordnung. Herr Wattner, ich glaube, wir müssen Ihnen gleich mal was sagen. Carina, was ist denn passiert? Hat er was mit den Verletzungen zu tun? Sagen Sie es bitte. Hat Sie Ihre Frau so zugerichtet? Habt ihr sie nicht alle? Warum sollte ich so was tun? Also wir sind von der Kriminalpolizei. Wir sprechen ganz normal jetzt. Wir können verstehen, dass Sie aufgebracht sind, dass Sie Ihre Frau eine Woche nicht... Was war das denn? Er hat nichts damit zu tun mit der Verletzung. Was ist denn mit dir passiert? Ja oder nein? Nein! Gut, also er hat Ihnen die Verletzung nicht zugefügt. Okay. Herr Wattner, wir müssen Ihnen leider sagen, dass wohl Ihre Frau Sie angelogen hat im Hinblick auf die Schwangerschaft. Sie war nämlich nicht schwanger. Es tut mir leid. So kann ich das alles nicht glauben. Nachdem wir dem Ehemann hier die Wahrheit sagen mussten, war der natürlich völlig erschüttert. Ja, auch die Mutter von ihm, die ging natürlich tatsächlich davon aus, dass sie schwanger gewesen ist. Die waren natürlich beide vor den Kopf gestoßen. Ich hab das alles nur vorgetäuscht. Alles. Ich war nie schwanger und die Fehlgeburt und... Manuel, ich liebe dich. Aber ich hab's erstmal nur wegen dem Geld gemacht. Ich kann es alles nicht glauben. Meine Lüchte, meine Lüchte. Warten Sie doch mal. Nicht aus. Ja, 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 ist gut. Warum machen Sie sowas, ganz ehrlich? Und dann kommen Sie an, Sie haben Mutterschafts... Die Schwierigkeiten macht sich Gedanken. Sie sind wohl die Einzige, die sich hier keine Gedanken macht. Und stehen hier in völliger Seelenruhe. Was war das denn jetzt? Sie haben die ganze Zeit Ihr Handy aus. Jetzt ist da was gekommen. Haben Sie es doch angemacht. Dann gehen Sie auch mal drauf. Jetzt wäre es mal an der Zeit, vielleicht mal die ganze Wahrheit irgendwie zu erzählen. Machen Sie mal bitte. Ja, ich kann mal wissen, die Wahrheit. Jetzt möchte ich das Handy mal sehen. Sie haben es die ganze Zeit ausgehabt. Sehr seltsam. Jetzt kommen die SMS hier. Das ist Victor. Wer ist Victor? Der zwingt mich dazu. Keine Bullen, hab ich dir gesagt. Wenn du was sagst, mach ich dich kalt. So, jetzt mal... Moment. Butter, Partyfisch jetzt hier. Guck mal hier. Dann hole ich mir das Geld allein. Ich weiß, wo dein Macker die Kohle hat. Sie wollten es mit dem Geld machen und jetzt haben Sie einen Konkurzen der Auffassungsgeldes... Ja, er hat gesagt, ich soll mich an Manuel ranmachen. Und dass ich, dass ich das alles vortäuschen soll und dass wir Ihnen das Geld abnehmen sollen. Aber dann habe ich nicht... Und Sie wollen den? Ich habe mich in Manuel verknallt und ich bin zu Victor gegangen und habe ihm erzählt, dass ich das alles nicht mehr machen möchte. Ja, wer ist dieser Victor? Und ich war in dieser Woche da bei Victor und der hat mich so zugerichtet. Du willst schon sehen, was du davon hast. Ja, er hat mich so zugerichtet. Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich liebe ihn wirklich. Weiß er, wo hier diese Schreinerei sich befindet? Ich denke, ja. Ja gut, vielleicht weiß er, dass sie weg ist. Mal schauen. Ich hole nochmal eine Schreife, sicherheitshalber. Kannst du sie nochmal an meinem Sohn? Ja, da gucken wir jetzt gleich. Hier kann für den Sohn 317... Carina ist... Schenk uns mal bitte dringend eine Schreife zur Unterstützung hier an die Schreinerei. Dringend. Er schreibt, ich bin bei deinem Mann, der kann sich frisch machen. Die sollen sich ein bisschen beeilen. Er ist wirklich gefährlich. Sie bleiben bitte am Auto. Eine kurze Nachfrage ergibt, dass der Gewalttäter der Ex-Freund der Schwiegertochter ist. Der Vorteil der Kommissare? Der Täter weiß nicht, dass sie sich bereits vor Ort befinden. Kommst ins Mal. Kommst ins Mal. Kommst ins Mal. Kommst ins Mal. Mach das nicht auf. Mach das nicht auf. Mach das nicht auf. Hey! Hey! Steht da! Die Polizei! Die Polizei! Hier hat Messer! Leg das Messer weg! Leg das Messer weg! Messer weg! Halt! Der hat Messer! Halt! Messer weg! Junge! Ah! 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 Scheiße! Ah! Okay! Mach! Der Schusswaffengebrauch ist klar geregelt. Es war natürlich hier so, dass die eine Person die andere mit einem Messer bedroht hat und dann schließlich auf mich losgegangen ist. Für mich war ganz klar, dieser war nur zu stoppen, diese Person war nur zu stoppen, indem ich ihm in den Oberschenkel schieße. Nichts! Ruhe jetzt! Ruhe jetzt! Ruhe! Haben Sie noch irgendeine andere Waffe einstecken? Nein! Kein Messer mehr? Nein! So, die Aktion? Die Aktion, die war wohl gar nichts, ne? Ich sag gar nichts mehr. Ja, das ist auch besser so. Feste draufdrücken, der Rettungswagen kommt jetzt. Die Kripo-Beamten ermitteln, dass der Täter bereits vorbestraft ist. Als seine Ex-Freundin ihren gemeinsamen Plan nicht mehr durchführen wollte, hielt er sie fest und zwang sie gewaltsam dazu, ihr Vorhaben doch noch auszuführen. Der Täter wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Nach vielen Gesprächen versöhnt sich der Ehemann wieder mit seiner Frau.